Silvia Mitova, also die Kampfrichterinnen meinen es bei diesen Europameisterschaften doch ganz gut mit den Turnerinnen. Und sie wird sich ganz bestimmt auch ein bisschen an Vettlana Bukinskaya orientiert haben, was ihre Bodenübung angeht. Jetzt also Jula Jurkina. Ein sogenannter Quistsalto. Wappelsalto vorwärts und vor dem ersten Salto eine Elbedrehung, Absprung also rückwärts. Wappelsalto. Wappelsalto gebückt zum Abschluss. Die Musik vielleicht nicht unbedingt sehr vorteilhaft gewählt für Jula Jurkina. Da lief es ja ein bisschen neben dem Rhythmus sehr. Aber die Inhalte der Übung selbst, allerfeinster Güteklasse. Noch einmal dieser sogenannte Twist-Doppelsalto. Beste Wertung bis dato am Boden übrigens von Ljudmüller-Sölzschertaja, die ja im Moment auch in der Gesamtwertung führt. 9,812. Der Doppelsalto gehockt mit allen...